So, jetzt leider haben wir. Übelst lauter Monsterkniffte, die keinen Schaden macht, ey. Das Ding, oder was? Ja. Ich spürt eigentlich. Ja. Ich zweifel schon fast tot damit. Ich habe schon die Deckung unterwegs mit dem Teil. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich höre einen Heli. So, da wäre er. Der Sniper versucht es die ganze Zeit. Dann sehe ich es immer irgendwo leuchten und dann... ...verfeindlichen MG-Schützen. Restlich von dir. Na los. Na komm. Jetzt sind sie weg. Garage. Helikopter. Unter uns. Einser zu dir. Ich will nicht sagen dass der Mehl hatte, aber... ...hat er. Wo ist er jetzt gelandet? Ich hab ihn gesehen mit dem Sniper dahin Wo bist du? Was machst du? Ich versuche den Heli wegzuschießen Weiterhin Wollen wir uns da mal einen Point of no return suchen? Können wir machen? Hallo? Nur noch mal Rechnung mit dem offen Okay, naja Ich hab nen feindlichen Charger letztlich deiner Position gesichtet Ah Erwischt Ich hab ihn für den Fass mit dem Ding ins Runter genommen Oh Aua Derzeit kam mir ihn hochgeschlichen Ja, weitererwischt Schweinhund SCHWEIN Können wir gleich wieder dort spawnen und den mal wegkniften Ich komm noch rechtzeitig, glaub ich Na, spawnen einfach bei dir dann Ja So So Und jetzt ist es natürlich deren Shit hier Schüssel Scherze Wir müssen aufpassen, dass die nicht irgendwie hier drin spawnen oder was Aber noch können sie nicht spawnen Noch hat er die Flagge nicht komplett eingenommen Ich geh mal von der anderen Seite Aber gleich Das ist ein Heli Oh, 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 oh Ach, wo weiß Hier hinterm Container habe ich es mal gesehen Scheiße Ja, ich treffe den natürlich nicht mit dem Ding Ja, ich hab mich mit Raketen einfach gekillt. Geil. Das war eine furchtbare Aktion, aber es ging nicht anders, weil mein MG schießt halt kacke. Das ist mein MG. Das ist mein Boomstick. Er kommt gleich in der Rinn her. Wo? Ja, scheiße. Sniper. Auf der Brücke ist ein Sniper. Ich hab nur, falls ich einen MG schützen. Genau erstlich. Deiner Stellung gesichtet. Trifft mich ja hier nicht. Trifft mich dort nicht. Quatsch spawnen bei mir. Alter, da hinten vorne. Gegenüber liegen die Treppe. Ja. Tod ist er leider nicht. Ah, lustig war's. So. Lebst du noch? Ja. Kommt grad noch ein Heli, den ich nach... Oh, ich bin hier der Heli-Man, ey. Okay, der wollte unten lang. Ich hab ihn erwischt, glaub ich, dass er das war. Gehen wir auf die andere Seite. Unten lang. Die ist am... 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 ...Punkt-Deffen hier, ne? Am Def-Punkten. Da guckt er durch. Da ist... ...leist... 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 Ich hab Sichtkontakt zu dem freundlichen Panzerwagen, genau östlich deiner aktuellen Stellung. Alter, hinter uns mal raus, Scheiße. Ach no, das war der Heli. Oben was? Der Heli, sehr gut. Das war der Heli. Ein kleiner Vogel. Bailey. Bailey, ja. Ich hab leider... ich hab leider keine Heli-Abwehr-Munition mehr. Oh, oh, oh! Innen bei dir. Wo ist das direkt? Der ist. Helikopter, was da oben noch nicht flogen. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Uuuhh. Toast. Aber der Heli kommt auch, der Heli kommt auch, der Heli kommt auch. Das war knapp, das war richtig scheiße knapp. Ist aber abgeschmiert. Da kommt einer hochgeloben, hochgeloben, die Schräge. Zwei, drei Leute. Ja, ja, das sind zwei. Was ist da die Scheiße mit den MG, ne? Auf mittlere Distanz, das ist in kein Land. Null. Nix. Also steht noch einer von uns. Flitz-Piep. Flitz-Pliep. 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 Ah, direkt hier sind tot. Spawn-Sold. Da ist er. Spawn-Sold. Spawn-Sold. So. Gut, ich steig hier bei unserem Star-Commander ein. Wer ist das? Ja, ich komme hinter dir. Ah, ihr holen. Ja. Gibt's doch noch so Swat-Punk da, ne? Oh, hinter, hinter mir. Irgendwas geschossen. Wir sind hier von der Wunderkontrolle. Ein Soldat wurde gerade vom Feind als HZ getankt. Gibt's was? Gibt's was? Ich stehe mal ganz schön los da. Ja. Tauchen wir mal durch. Boah, fuck. Das Auto hat mich einfach nicht hinter uns. Das ist eine Auto. Und eigentlich erst in Deckung rein, damit ich das Ding irgendwie abkillen kann. Aber ne. Du bist wieder mit der Hubschrauber beschäftigt. Ist aber voll geil, ey. Du würdest schon sagen. Hubschrauber schlachten ist großartig. Best nicht von mir scheißen Fakinger Schaumschüsse zu sein. Weil man hat ja immer so ganz lange Zeit so diesen Faktor. Alter Hubschrauber. Scheiße. Die scheiß OP-Wichser. Jetzt schießt die einfach drei nach vom Hübbel. So geil. Ist einfach kaputt. Indestructible am Arsch. Ja. So. Aber du bist nicht auf A vor, oder wie? Ja, ich versuch grad erst noch mehr zu überleben. Ein Heli ist noch mehr Luft. Ein kleiner Faktor. Ich hab nicht gesehen. Irgendein Sniper. Sniper-Technik. Da oben steht er. Im Haus. Ah ja, da ist auch ein Helikopter professionell gelandet auf dem Haus. Helikopter. Was ist das? Irgendjemand ist da wieder hinten. Auf den Sparren irgendwo. Na, ich hab sie seh'n Scheiße. Wo? Hinten. Ah, das ist so schwarz zu beschreiben. Ich geh den jetzt nicht. Ach, ja. Irgendwo ist da. Wir snipern sich wieder da rum. Steigt bei Sugma-Mukma da ein. Guma ist der Typ. Guma. Ich bin der Typ. Wir sind irgendwie... Ui. Da sind ein Hauchen. Sniper? Ach, da drüben. Ja, da unten. Ja, ja. Dort im Haus drin. Ist er sichtbar? Ich hab'n Tod. Du bist tot oder leer? Ne, ich hab'n Tod. Auf'm Dach steht auch einer. Ein Sniper. So auf'm Riesendach da ganz oben. Ganz oben wieder? Ah, Scheiße. Hat mich erwischt. Er hat irgendwas freigespielt, das muss ich mir grad mal angucken. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, für die Waffe. Hm. Kompensator. Was auch immer. Ist mir wurscht. Ähm. Beitritt. Ähm. Beitritt bei Rickett. Los geht's. Sehr gut. Behind you. Behind you. Da geht's endlich auch. Uh. Wieder mal mit Raketen nachher drauswitsch und gehen. Äh. Ist der Sniper eigentlich noch aktiv da oben? Bestimmt. Ja, ist er. Der ist nach oben, der ist nach oben, der ist nach oben. Oh! Getroffen! Yeah! So, wo ist der Heli? Durch den Piloten. Ich bin grad dem nach ins Wasser gesprungen und sprung hier grad lang. Also ich hab professionell den Sniper oben auf'm Dach gesnipert. Ich hab'n Heli-Pinoten gekillt. Hm. Achso, deswegen. Damit hat er mich gekillt, alles klar. Wann macht das einen Spaß, das Game wie. Ja, das ist furchtbar. Ich bin wieder bei dir. Pass mal auf, und zwar sind da hinten noch Sniper. Ich mach' mal ein bisschen mit dem... Mit meinen persönlichen Schafnissen gewähren diese Randale. Ist ja auch Johnny Randale. Ja, da gibt's Volli-Randale. Da kriecht noch einer rum. Ja, irgendwo liegt da noch einer. Ich seh's auch. Ach. Quoi, wie es hier kreucht und fleucht. Irgendwo ein Heli. Da hinten. Hast du den gesehen? Da an der grünen Wand. Da steht auch keiner. Oh, oh, ich werd angeschossen. Von wo, wo, wo? Ach, oben ist wieder ein Sniper, oben ist wieder ein Sniper. Ach, scheiße. Ach, verfehlt. Verfehlt. Oh. Das hat der Mehl gehabt. Aber jetzt krieg' ich ihn nicht mehr. Ich hab' die Wunde. Hä? Das war ja ein fieser Leckrad. Ich hab' Sichtkontakt. Ich weiß nicht Scharfschützen. Schädlich, denn aktuell in Stillen. Da kriegt man ja so der Munition her, sag mal. Schärm. Ja, das ist schlecht. Wir bräuchten eigentlich noch einen Versorger im Squad. Die meint die Munition für meinen Scharfschützengemäß alle. Aua. Was war denn das? Ach, da kämpfen sie rum. Alles klar. Da kann man rein, das ist ja fies. Da müssen wir noch gleich mal nachhelfen. Wissen! Wissen! Einsetzen für Charlie. Es verloren! Ah, ok. Wir sind zusammen schon geklärt. Ha! Noob! das das darf doch nicht wahr sein das Ding macht so kein unter uns im Haus sind welche drin ah scheiße hab ich gerade abgeschossen und bin Körper auf den zugeflogen ich habe einen feindlichen Scharfschutz, südlich von dir gerichtet ich bin Bademeister ich achte sehr auf die B-Note aber wir gewinnen die Runde momentan ansieht ja Süd aus für uns das Problem ist halt meine einzige Chance auf Distanz Leute zu killen ist mit einem Raketenwerfer das ist gay dann verzwitscht er halt wieder rum und spielst einen Pionier bei besseren Maps frei oder so das ist schwierig, weil die meisten Distanz noch, die man hier muss, sind so Mitteldinger das geile ist halt, dass diese Knifte, die du damit freispielst, wirklich die Knifte ist weißt du? und deswegen die Knifte, die Überknifte also es ist die Überknifte, die benutze ich schon seit Ewigkeiten quasi über völligen Zerstörung der Leute das ist auch die Knifte, die bei mir alles komplett freigeschalten hat das nicht so oft vorkommt das ist echt, das ist eine echte Überknifte, die wirst du lieben, wenn du die hast braucht halt 15.000 Ingi-Punkte aber ich werde das M4 16 Ding da wieder haben, das Ding, das war ja mein Überteil im Vorgänger dein Oberteil? ja, sei angezogen mit das darf doch nicht wahr sein, wieviel willst du noch fressen? genau, und jetzt killst du mich einfach, weil meine Wumse knullt damit 3 Gesundheit hat er noch leck mich im Arsch, ehrlich und kämp da rum und ich hol dich da gleich raus mit nem Raketenwerfer, mein Freund haha haha hmh hmhmhmhmhm hmhmhmhmhmch ok, hat schon wie anders gedacht wo bist denn? karne hier unten irgendwo rum? Brickogn, da w mobile der, wo bin ich denn? dort, wo bin ich denn dabei? Ich bin grad hier so durch so'n Haus drin gelaufen, also in so'n Haus drin gelaufen. Oh, da ist ein Panzer. Unten durchs Fenster, genau, hab ich gesehen. Unten durchs Fenster kannst du durchstiefeln. Dann soll es auch bei mir in dem Haus dran sein. Okay, der Panzer ist Geschichte. Sehr gut. Mit dem Früh ist einfach ins Wasser rein. Klatsch. Ja, ich hab dich hier gerade rüberfallen. Hier ist ein dickes Loch hinter dir. Ist mit rüberkommen, dann holst du die Insel. Oh, 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 oh. Oh, ey, ein Tauchgang. Ah, wir haben's schon. Ja, die Insel ist relativ safe, glaub ich. Äh, Road Session, oder wie? Kann man das machen, ja, holst du mir ab? Ich warte hier auf dich. Ich hoffe, dass ich in der Zeit nicht sterbe. Ah, weggeschossen. Ich hab's grade gesehen, dann war ich grad vor dir. Ja, ich weiß nicht wohin mit dem Boot eigentlich Ja, das steckt nicht mit dem Fuß einfach mal durch die E hint Oh, Heli Was ist allein mit hier? Ja B oder was? Jo, klingt gut Achtung, feindlicher Helikopter, wendlich deiner Stellung Und ein feindlicher Panzer vor allem Wie das? Was? Sehr gut Bist du ein Toast? Das ist auch ein Typ Irgendwo bist du tot Wahrscheinlich tot zu lang Komm, einer noch Und kaputt ist es Ist klar Geistes Ding Man kann uns mal da aus der Stadt mit raus Guck mal, haben sie wieder C in der gleichen Scheiße Mit dem Boot nach C reinballern oder was? Das ist schon wieder übelstes Hochwasser hier, Alter Wieder alles kaputt gemacht hier, die Lappen So, Rock'n'Roll A oder C? A, muss man A gehen Vor uns, vor uns, vor uns, oben Oh ja Hahaha Runtergefallen ist er Geil Hat der Bootknipfel weggeknüpft Auf, 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 auf Oh, hier ist ein Panzer, den kriegen wir nicht mit dem ÖMG Ich steig aus und schwimme Ja, genau Das wollte ich euch vorschlagen Wir können mal unten durchtauchen, hab ich gerade gesehen Oh Oh Oh